Musik Am Sonntag, den 6. Dezember, am Nikolaustag, bescherte uns nicht nur der 11. Zimt- und Waffelmarkt, sondern auch das wunderschöne, dreipätigste deutsch-amerikanische Weihnachtskonzert, das im Haus des Bürgers stattgefunden hat. Für diejenigen, die nicht dabei sein konnten beim Weihnachtskonzert, habe ich ein paar harmonische und schöne Aufnahmen festgehalten. Lassen Sie sich verzaubern und genießen Sie die wundervolle weihnachtliche Stimmung. Musik It's the holiday season and Santa Claus is coming round The Christmas snow is white and brown When old Santa comes into town Here we come and I should be down It's the holiday season and Santa Claus He's got a toy for every good girl, good little boy And Santa's got a bottle of joy when it's coming down the cheeky now It's the holiday season and it's the holiday season and it's the holiday season He's on the tree Santa's on his way He's filled his sleigh with things Things for you and for me In that time of year when the world falls in love Every song of year seems to say Merry Christmas May your love hear dreams come true And this song of mine in a three-quarter time Wishes you, Lord, the second time When I see he has the holiday season And this song of mine is the holiday season I really can't let it go I really can't let it go Amart. Musik 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 ... Applaus 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 Musik 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 Amen. 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 You'd offer a nice reindeer, you'll go down in history. Joyful and triumphant will call thee, oh call thee to heaven. Come and behold thee, oh the king of angels, oh come let us adore thee, oh come let us adore thee, oh come let us adore thee. In Christ the Lord. Come and behold thee, oh come let us adore thee, oh come let us adore thee, oh come let us adore thee. Applaus 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 Die Laune liegt auf seinem örtlichen Mund. Achtung, scherb' in Wälderl'n Schuhe, Liste in deinem Geh-Ruhr, Liste in deinem Geh-Ruhr. Ja, liebe Rammsteiner Bürger, Freunde, Gäste und Musikliebhaber, das waren die schönsten Ausschnitte vom 43. deutsch-amerikanischen Weihnachtskonzert. Wir bedanken uns beim Veranstalter der Stadt Rammstein-Wiesenbach und natürlich bei allen Mitwirkenden von der YouSafie-Band unter der Leitung von Kolonel Richard Mensch. Dem Projektchor mit dem Männerchor von Rammstein-Wiesenbach unter der Leitung von Wladimir Gerasimow. Des MGV Liederkranz von Mackenbach unter der Leitung von Brigitte Veth. Dem Kinder- und Jugendchor von der Stadt Rammstein-Wiesenbach unter der Leitung von Michaela Hoffmann. Auch gilt der Dank an Hans Bremer am Klavier, Bruno Roof mit dem Bass, Sarah Lais mit dem Schlagzeug und Eva Hoffmann mit der Querflöte, sowie der Stadtgärtnerei für die Dekoration im Saal für die schöne musikalische Einstimmung mit schöner Ambiente auf die Feiertage. Auch ich wünsche euch lieben Rammsteinern und allen anderen frohe und besinnliche Weihnachten, ein harmonisches Miteinander, sowie einen guten und gesunden Rutsch in das neue Jahr. Wir sehen und hören uns wieder im Januar. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Auf Wiedersehen. Bis dahin, euch eine gute Zeit.